Welcher Trailer? Ja, welcher Trailer? Das sah dir ein ganz alter von HitDot ganz toll an. Gut geschlafen? Ich hatte wieder diesen Traum. Von deinen Eltern? Ja. Scheiße, in meiner Kippe ist gerade so ein... ...so ein Stück Baum, man. Weiß schon vom Tabak. Aber scheiße, den Papa hab ich... Also hier wird man ja mit Trissurs Jetzt mal ernsthaft, wo bin ich denn hier? Alles klar Die verstecken den Scheiß immer da, wo man durch Zufall dran vorbeigehen kann Zieh dich von mir aus um, weil ich geh da nicht mehr hin Ich warte hier auf dich Gott, der Typ ist so eine Pussy geworden, was ist los mit ihm? Gold, Mann Im Dschungel gibt es eine Menge Gold Das Problem ist, das ist unter den Bäumen und so Und in Frankreich zum Beispiel, in so einem Mal Patrouilliert auch die Fremdenlegion, weil die da ständig illegal dieses Gold fördern Und die benutzen da hartkommissig Blei für Und das fickt die Einwohner, die Einheimischen total weg Das ist eine Kamera der X700 Serie Sam hatte so eine und ich war unglaublich neidisch Sie ist genau das Richtige für eine Expedition auf der Suche nach vergessenen Monumenten oder Zivilisationen Außerdem beweist sie, dass jemand nach den 80er Jahren hier war Selbst wenn die Moderne über sie spottet, können manche Legenden die Menschen immer noch inspirieren Das Objektiv hat einen Sprung Es sieht fast so aus, als wäre es von irgendeinem Projektil getroffen worden Das ist aber nicht so toll für die Witzig, da steht, dass es ein lautlos Pfeil ist, aber so lautlos war der nicht Pfeil ist, dass sie nicht so aus, als wäre es Pfeil ist, dass sie nicht so aus Pfeil ist, dass sie nicht so aus Und zieht mal den Käfer rein, Mon Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Okay, schauen wir mal auf die Map. Oh, eigentlich wart ich auf die andere Seite. Na egal. Oh, ja, Mann. Da hat sie unseren Homie erwischt, ne? Alles klar. Von dem war nicht mehr viel da. Ich frage mich, warum das noch zu behindert ist. Okay, ich will hier hin. Ich will hier hin. spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen, Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavalerie. Seine Falconette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arquebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavalerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinandertrafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luys Tagebuch. Wie passend so geil. Er verspottet ihn noch. Boah, der stinkt nach Falle, Mann. Vorsichtig. Vorsichtig. Wohin der es wohl führt. Wohin der es wohlführenden Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Rolly gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihn zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Ich habe hier vorhin Beute gesehen, Mann. Die Beute ist da immer noch drin, aber ich komme immer noch nicht an. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Ach, das wirst du nicht sagen. Ernsthaft jetzt? Meinst du vielleicht die Kammer, die da direkt nehmen wir uns das mal. Nehmen wir uns das mal. Knapp bis zum Mission! Knapp bis zum Mission! Drei, Trennisch! Knapp bis zum Mission! Was ist das? Was haben wir denn hier? Wir werden uns da rausfüllen. Jeff! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, das wird jetzt nervig, man. Deswegen eins von diesem beschissenen Rätsel. Boah, das wird richtig abgefuckt, nervig. Ich muss irgendwie die Leiter anheben. Ja, das, was, das, was, das, was. Ich muss irgendwie die Leiter anheben. Ja, ja, das machen wir gleich. Zuerst müssen wir hier schauen, was hier eigentlich ist. Es könnte der Ausgang sein. Ich muss irgendwie die Leiter anheben. Ja, das weiß ich sehr, ich hab's kapiert. Ich hab's schon beim ersten Mal versammelt. Ich hab's schon beim ersten Mal. Ja, das wird so nie funktionieren, man. Alles klar, was haben wir denn hier so schönes? Ich muss das Gegengewicht auf der linken Seite des Monuments lösen. Ja, 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 hey, jetzt mach langsam mal einen Punkten, man, ganz ehrlich. Kein Gold, kein gar nichts, man, lass mich scheiße. Ja, okay. Ja, ja, okay. Wir machen jetzt ein paar Schokolade. Ja, sie haben... Ja, das ist hier jetzt die Frage. Mit den Wagen stimmt etwas nicht. Ich habe es kapiert. Es ist echt fies, das genommen so eine Ecke zu machen, weil so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schon rein drehte. Danke. Ja. 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 und umsonst hier hochgelaufen okay ich kann den wagen hier nicht verändern obwohl doch doch warte mal ich will es jetzt habe ich sie minuten obwohl kann man das eigentlichen Rätsel nennen alter na jetzt war noch ein etage könnte ein ausgang sein wort wieso ist es auf einmal höher man wieso ist der scheiß auf einmal höher scheiße es gibt mir noch die sonne auf den sack hier wie der das verdammte scheiße nochmal ach ja weil jetzt die seite dann ist alles klar aber warte mal das wollte ich auch machen bin ich dumm oder was ich bin auch versehentlich auf die falsche seite gerannt also das zeil ist hier vielleicht nicht so das problem aber die haben jetzt echt probleme eingeführt ne die du hast du zum beispiel das mal ein seil reißt oder so leicht zu fixen aber das macht es realistischer glaubhafter sagen wir mal so realismus würde ich in den mund spiel ja fick dich doch ich müsste den wagen zur anderen seite der leiter ziehen können ich müsste den wagen zur anderen seite der leiter äh ey das ist echt smart verdammte scheiße auf die idee hätte ich echt selber kommen können die ganze extra arbeit die ich hab mal nicht kotz gleich ohne scheiß ich kotz gleich los geht er rüber ne man ich muss das weiter vortun hab ich jetzt platz den hier zu schieben ne hab ich nicht ey ganz ehrlich hoffen wir einfach das ja doch konnte ich ok let's go oh oh Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gold, hell yeah. Der ist ziemlich einfach ehrlich gesagt, weil wir den ja schon gefunden haben. Bei diesen Tomb Raider Games musst du voll neugierig sein, ohne Scheiß, schauen hier in die Ecke und weil meistens liegt da tatsächlich auch noch was und lauter so Zeugs. Ich rieche Gold, oder auch nicht. Oh ich wusste es, ich habe gedacht es ist okay, aber als ich dann gemerkt habe, dass es irgendwie schwarz bodenlos ist, wusste ich, dass ich ein Problem habe. Und die Checkpoints sind jetzt weiter weg, früher waren die viel näher. Also bei Rice. Die liegt jetzt nicht mehr so ganz der Fall. Geh! Die Zones sind einfach nur amazing in dem Spiel, das muss man nicht mal sagen. Hört ihr mal das an, die haben sogar den Heil und... Oh scheiße, ich werde da fast verrecken. Tja... Das ist ja sicher gut, Mann, ich mag das. Alles klar? Die Tempel sind aber echt cooler als die letzten Mal, das stimmt allerdings. Merkwürdig, wieso kann ich den Frosch nicht nehmen? Okay, wir haben jetzt eigentlich... Oh scheiße, was ist das denn? Ah ja, das ist dieses Lagerfeuer. Okay, ich denke mal, wir können weiter. So... Warte mal, das liegt rechts von mir. Oh, da kann man runter. Oh Mann. Alles klar. Ich lasse diese Seite hier zurück, um jegliche Fragen zu klären, falls mich auf dieser Suche dasselbe Schicksal ereilt wie die restlichen Mitglieder meiner Gruppe. Mein Name ist Jack Fawcett. Ich bin am 20. April 1925 mit meinem Vater Percival Harrison Fawcett und meinem besten und ältesten Freund Raleigh Rimmel in Chuyabra, Mato Grosso, aufgebrochen, um nach Zed zu suchen. Ich bin als einziger von uns noch am Leben. Mein Vater fiel zwei wilden Dschungelkatzen zum Opfer. Raleigh starb durch unsere Sorglosigkeit. Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte, weigere mich aber aufzugeben. Mein Vater war überzeugt, dass wir ganz in der Nähe von Zed sind und ich teile seine Einschätzung. Also lasse ich zwei Gräber zurück und gehe weiter nach Westen, in der Hoffnung, nicht in mein eigenes Verderben zu laufen. Gott ist erbehindert. Ganz unter uns, man sollte wissen, wann es reicht. Und zieh in die Reihen, Mann. Es lief wohl nicht so gut. Aber ich mag diese... Ich glaube nicht. Was haben mich diesmal übersehen, hä? Oh. Ha? Oh. Es ist doch scheißegal, ich scheiß auf diesen Blumen-Bullshit-Müll, Alter. Nicht zu weg hier. Ah, warte, die Vögel muss ich nicht mehr mitmommen. Wo ist denn der Dicke hin? Ah, da ist er. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Raleigh immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, Kehr zu machen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Raleigh hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Auf Wiedersehen, alter Freund. Er hatte also Schiss, dass man ihn zurücklässt, um zu verrecken. Ja, und die hatten das mit Sicherheit auch vormachen. Was werden wir wohl in Kuwak-Jagden finden? Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Ich will nichts verpassen, Mom. Fließendes Wasser. Gott, Müll findet man echt überall, man, egal wo man hingeht. Ich muss mal das Meer sehen, man, das ist die größte Müllhalle der Welt. Alter. Irgendwas stimmt hier nicht. Die sind ausgeleert, aber du kannst immer noch Blutreste sehen, das ist absolut unrealistisch. Glaube ich zumindest. Äh, ja danke, unterm Strich hat er gar nichts gefunden hier. Da ist ne Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity, runter. Verdammt. Trance steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfreute Brücke getan. Oh, anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir's auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt. Und was sich nicht bewegt. Haben sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Alter, die sollte sich besser tarnen. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Die Getarnten sind also Offiziere, oder was? Du, der Letzte ist eine harte Nummer. Alles klar, mein Arsch, Mann. Wir haben die Elite vergessen, Mann. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war's das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssten das Ganze irgendwie abstützen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich stehe nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Dave? Sammy? Diese Typen. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave! Dave? Sammy? Da drüben! Wieso rennt denn der von mir weg? Wie ist denn der drauf? Oh nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt! Halt! Danke. Bist du okay? Ja. Nimm das! Hoffentlich waren das die Letzten. Das war knapp. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Du, wir hatten die alle... War der Typ das? Man, ich hab diese Pussy unterschätzt. Er ist ja eine richtige Killermaschine. Wieso kann ich den Typen da nicht loten? Man, fuck off. Ja, okay. Ich mach' nen Cut und ich glaube, ich geh' da nach Fern. Scheiß, auf dem Bad mach' ich ein bisschen länger. Ich will noch ins Dorf gehen. Meine Großmutter hatte in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Bekanusbrüche. Dürme. Und andere Dinge. Ja, was für ein Bullshit, Alter. Ich kotze gleich. Und ich stecke dir das scheiß Möchchen in den Arsch. Das war's. Hübsch. Komm schon, gehen wir. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir... Ja. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Selbst am Arsch der Welt sind sie tätowiert bis unter das Dach, Mann. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle. Aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens. Ich bin Jonah. Abby. Laura. Kommt rein. Setzt euch. Carlos. Drei. Wieso muss die Kamera immer bis zur Hüfte gehen, Mann? Ich will hier auf den Arsch klotzen. Was ist da am Falsch? Yeah. That's what I'm talking at. Also. Was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Ähm. Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja. Lange Geschichte. Ah. Danke. Tja. Du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäoloin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ich bin nur der Koch. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist die eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Äh, Mexiko. Mhm. Wieso? Ich hab dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Äh, hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Hm. Aber klar. Doch ich sage euch, das ist nicht von den Majern. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich hab dir einen freien Tag versprochen. Dude, die neue Croft ist echt unattaktiv, Alter. Viel Spaß. Haha. Ja, auch. Und so bist du mit Lara. Freunde, Kollegen, sie ist brillant. Hm, ihr seid also nicht. Oh, nein. Nichts dergleich. Nein, ich, äh, ich bin Sing. Oh Gott. Er ist gefickt unter dem Strich, er kommt hier nicht weg. Okay, wo sind jetzt die beschissenen Händler, Mann? Inka sind es, keine Ahnung, oder? Oder der Unterschiede ist. Oh. Oh. Ah, hola. Forma parte del equipo de excavation? Nein, nur auf der Durchreise. Bien, wenn du etwas brauchst, der Markt ist in den Zentren des Pueblos. Kann ich abstehen, bevor ich weitergehen? Danke. War ein Glück. Oh, wie geil. Oh, scheiße, Mann. Lass mich halt nehmen, mein Tee da hinten, Mann. Oh, fuck, du, ey. Nenn mich neugierig. Boah, die FPS sind gerade um sieben gefallen, Mann. What the fuck? Wie labern ich das neue Basislager? Ah, hier ist das Feuer. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Du, das ist alles deine Schuld. Ist dir schon klar, oder? Fuck, ich muss echt aufpassen, dass das Video nicht zu lange wird. Sonst ist es echt hässlich. Ey, Damage ist wohl nicht drin, Mann. Damage kann man gar nicht genug haben, Mann. Eigentlich könnte ich mal echt ein viel längeres Gameplay machen. War ich schon so acht Stunden oder so. Ist echt lustig. Wenn du sie kennengelernt hast, kann ich sie helfen. Bist du der hiesige Fremdenführer? Hm. Sei a donde ir. Y a quien no acercarsele. Verstehe. El mejor pescado es el del muelle. Obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos. Pero la cerveza está caliente. Ich werde darauf achten. Ah, Yomar. Alejese de ese tipo. No necesitas sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Genau. Schön. Ich behalte möglichen Ärger im Auge. Ojos bien abiertos. Wie soll ich ihn töten? Okay, legen wir ihn schnell um. Wo ist der Flachwixer? Weiter links. Wer soll ich das wissen? Komm mit dem Töten. Zieh deine scheiß Gnade. Raqueadores. Vienen a la ciudad. Nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias. No nos pagan un salario digno. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que por venir se fue. Somos blancos fáciles. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Lo poco que teníamos se fue. O está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Laura. Soy Victor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Danke. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Ich kann immer noch nicht meine scheiß Gnade. Du, ich will ihn einfach nur schießen. Verpiss dich. Wer bist du? Suchst du Arbeit? Ähm. Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Oh, ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der bar. Abrillo con el balón. Superaron los defensores. Vamos, vamos. Ich glaube nicht, dass wir mal voll etzen. Nein, scheiß du. Llevo dos años tratando de reunir balón. Invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Ich suche nach Marco. ¿Eh? ¿Para qué? Ich will nur mit ihm reden. No quiere problemas. Ich will kein Ärger. Ich suche Arbeit. Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Also, bist du Marco? Dígame que Omar no le envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo. Yo... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, ¿Es mi trabajo? Buscar un reemplazo o... Tanja, sí, 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 sí. ¿Le hablando de esos alimentosивается? ¿Y qué Scheiße, lasst euch schnell und ganz ehrlich, rönt mal euren Müll weg, das kann euch ja ernst sein, Mann. Ich verstehe nicht ganz. Oh man, die haben hier vielleicht scheiß Probleme, Alter, es wird ewig dauern, mal den hier in Müll wegzuräumen. Ich bin keiner, turistin meine ich, ich bin forscherin. Ay, de todos modos, ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años, en auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Pff, optimista, más como crédulo. Was ist passiert? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río. Hasta que todo se vino abajo. Er, er, crash. Ahora nos arrastramos en las sobras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos traen dinero. Los investigadores se lo llevan. Los ojos son para ver. Nunca lo había visto por aquí. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Que la apariencia no te engañe. Es un buen lugar. Difícil, pero bueno. Dein garten hat den sturm wohl überlebt. Suerte y trabajo duro. Mucha gente ayudó en la siembra, así que también quieren protegerlo. Suerte y trabajo duro. Dies ist eine Huldigung zu Pais, des Totengottes und Herrscher... Ja, 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 bla, bla, bla. Verfickt nochmal. Wie komme ich hier an den scheiß Rand, man? Bin ich hier oder was? Ja, 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 verpiss dich und jetzt gibt mir mein Sturmgewehr. Hallo, so kann man nicht kämpfen, yo. Nee, jetzt fließt Blut, motherfucker. Ich kann immer noch keine Waffen nehmen, Mom. Das klingt gar nicht gut. Get ass, Herr Lier. Es gibt sicher einen Weg, sie zu motivieren. Scheiße. Was ist in ihnen gefahren? Wir waren immer zehn Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da. Ist das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Bist du noch da draussen? Wir erleiden Verluste. Boah, die Waffen-Sounds sind amazing, Alter. Der Hall und alles. Die Waffen-Sounds sind Bombe. Nimm das! Das war ja mal voll easy. Und wir gehen nirgends rum, bevor wir nicht Beute abgegriffen haben, Mann. Nur damit es klar ist, Mann. Wieso töten die die Arbeiter, Mann? Das ist eines der dümmsten Dinge, die ich je gesehen habe. Es ist ein absoluter Schwachsinn, die Arbeitskräfte umzubringen, Mann. Wer soll denn graben, wenn du alle umbringst? Immer diese Amateure. Die hätten mich die auch gleich am Anfang antöten lassen sollen, Mann. Die Scheiße wäre so viel schneller gegangen. Siehst du, ich habe echt den Stinkball zum Arsch. Die Schläche geht augenscheinlich. Ich kann nicht mehr tragen. Shut up. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübung als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Wer jetzt denkt, dass es Scherzereien ist, wird sich bombastisch in Frankreich, ne? In Guantamal, wo die Fremdenlegion ja jetzt da rumhüpft, ne? Da leben Ureinwohner und die Franzosen haben gesagt, ihr seid Franzose, also beschützen wir euch. Und durch die illegalen Goldausgrabungen sind denen ihre Flüsse extrem bleiferschmutzt, Mann. Oh Mann. Ist echt lustig. Denn die leben in solchen Kraftdörfern wie die hier. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen, Mann. Alter, ich brauch dich dafür nicht. Außerdem gehe ich erstmal in die andere. Ohne Scheiß. Wow. Ich will sich die Geschichten immer ausdenken. Los Escucho Klamar des de las Profundidades. Las Voces. Los antiguos Dioses. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. No. Véal usted misma. Miri, como el aliento de los Dioses sube desde las Entrenas. Weniger Drogen würden es auch tun, du voll Idiot, Alter. Wie geht's? Véal go que le guste? Mhm. Ach, man kann hier unterm Striche allmöglichen Scheiß verkaufen. Wow. Ich dachte, ich kann mein Gold verkaufen. Hm. 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 Es un buen trato para ambos. Es un buen trato para ambos. Nee, man, was ich brauche, ist ein Rucksack oder so ein Scheiß. Aber sowas haben die hier nicht. Aber hier gibt's... Sie sind blind oder was, scheinst du? Das ist bei den Blinden ist eigentlich, dass sie ziemlich gut hören können. Das ist eine Bolle. Das ist eine Bolle. Das ist eine Bolle. Pablo me dijo lo que hizo. No, no sé qué decir, solo gracias. Son ok. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de quince años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño, regresaran por donde habían llegado. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von dutzenden aufwiegen. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mi pequeño quiere ser doctor, como su mamá. Y usted, ¿cómo es que se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Scheiße, man. Diese Nebenmissions-Surfel, man. Uh, die bringen richtig Kohle, man. Was heißt Kohle, man? Richtig geilen Scheiß. Okay. Die mit ihr oder der ist ja die, man. Holy fuck. Ich benutze die eigentlich immer. Die mit ihr oder der ist ja die mit ihr. Die mit ihr oder der ist ja die mit ihr. oh yeah das nämlich mal modifiziert das ding ist ich habe einen Pistolenschalldämpfer ich will etwas der geht nur noch auf die andere Pistole denn darüber haben sich viele bei RISE beschwert dass du überall einen Schalldämpfer einfach drauf packen konntest hat dir nicht so gefallen wie das ist der Schalldämpfer ich heu gleich der Damage kommt aber nicht mehr nah ran an die ne der Damage ist brutal man absolut brutal wow ich hatte so viele Ressourcen dass ich die voll upgraden kann schon praktisch alter Alter. Bei der muss man eigentlich nichts machen. Die Präzision war eigentlich schon ziemlich gut. Wow, man. Die abzugraden ist so billig. Zieht es mal rein, man. Drei von 18 brauche ich und zwei Fälle, um die abzugraden. Wow. Das ist crazy. Oh nicht scheiß. Ich brauche einen größeren Rucksack. Ich brauche einen größeren Rucksack. Hey, gibt es das überhaupt? Ich brauche einen größeren Rucksack. Das rentiert sich, weil... Manchmal weiche ich den aus und... Alter, ich habe den Scheiß einmal voll gemakst. Ich brauche einen größeren Rucksack. Wow. Ich brauche einen Rucksack. Ich brauche einen Rucksack. Ich brauche einen größeren Rucksack. Between die Rucksack. Ich brauche einen Rucksack. Ich brauche einen Rucksack. Ich brauche einen Rucksack. holy fuck ist die laut, die sounds sind amazing aber wenn ich mit dir anfange zu ballere, dann ist es echt vorbei ohne scheiß ist jemand voll unkorrekt so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Möge Vaters Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, Scheiße! Oh Gott, nein! Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Ich bin sehr cool, das war. Die Zones sind in dem Spiel Das kann man gar nicht zu oft loben Gold Das ist ein Bart scheint so Ah! 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 Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. ¿Vale? 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 Siempre listo para lo que noses. He 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 he. Ich bin gleich da, Lara. ¿Vale? Sie ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Die Zones sind heftig geil, Mann. Warte mal, ich dachte ich hätte grad die Pistole gewechselt, Mann. Die Pistole Die Pistole Nicht nur, falls ich sie mal brauche. Aber die Waffe macht ein ganzes Stück mehr Damage die andere. Ich ziehe das mal ein. Das Problem ist, man weiß nie, wann man mal einen Schalden verbraucht ist. Das ist das Problem. Wie ich hab das schon gelesen. Oh, ich bin in die falsche Richtung gegangen, deshalb alles klar. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hallo, bist du dumm? Nimm den Schal. ich kann nicht mehr fahren. Boah,imbabe! Ich tue, ich bin mit dem Schalden weg, aber nimm es davor. Ich kann nicht mehr leben. Alles klar. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Du dich sagst hier, das ist ein Tiger oder so. Was ist das für ein Dialekt? Alter, ich bin gerade mit der Desert Eagle hier angegangen. Aber das wirklich gestört ist, dass das sogar funktioniert hat. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Scheiße, Alter. Oh, dafür brauche ich Ausrüstung, die ich nicht mehr habe. Ah, das ist doch toll. Ähm. Das Wasser soll ich da einfach reinspringen? Scheiße, ich brauche Ausrüstung. Die noch fehlt. Naja, kann man nichts machen. Scheiße, wie ich es mir jetzt schon zweimal im Kommen habe. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alter, ich bin hier pengvoll, Mom. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh, das ist doch schön. Ich bin hier einfach drauf. Ich bin hiergeklüge. Ich bin hiergeklüge. Und du sollstest. Ich bin hiergeklüge. Das ist doch schön. Das ist unfassbar überzogen, die Dinger hier mit der Dessertiegel zu jagen. Ja scheiß drauf, ich schätze mal ich lasse es für heute, schauen wir mal wie viel los ist. Halb 2, hm. Ja, bis 2 geht schon, Mann. Dieses Leopardending macht die so hässlich, das ist unfassbar. X-Chel und Chuck-Chel. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara, äh... Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das ist egal. Das sollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Die hätte aber einen richtigen Knackerschitz bekommen, ne? Auf einmal, nice. Jonah, ich hab den Tempel gefunden. Toll. Verdammt. Trinity ist schon da. Und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Hm. Aus dem Postkund. Statusrecht. Operation Einsamer Wolf läuft. Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier, Pio. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander, tut mir leid, Sir. Ich suche nur schnell noch die letzte Pflanze für die Park Späder. Sie scheint aber nicht hier zu sein. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Wir sollen unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit was übersehen. Okay. Wollen wir uns von jetzt mit Haubergrüßung oder so? Besser. Einige unter Wasser drohen. Ich gebe Bescheid, falls Sie was finden. Out. Ich gebe einen Helm Australian-Bereich auf. Ich gebe einen Halbauer an. Hat das Europa rausgezogen? Wollen wir uns aus? Ich komme an den Schrauben um zu fliegen? Ich bleibe bei ihm. Aber es hat die Bescheid. Wie ist das alles? Wow! Und die hatten doch Thronen im Wasser. Wo sind die? Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Nein, haben wir nicht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wo sind die Wasserdrohnen, Mann? Lara, bist du okay? Ja, hier ist eine Trinity Basis. Hey Jonah, ich... Was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen! Äh, Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Alter, die Desert Eagle, man fickt hier alles. Das ist echt heftig. Wir haben eingeblendet. Holy shit. Warte mal, ist das Schwarzpulver? Dann kann ich die noch tödlich, ja man, zieh die jetzt mal rein. Oh mein Gott, haben die es nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, das ist ja kein Witz mehr, man, wie krass du die Dinger upgraden kannst. Ja, ja, ich brauche unbedingt diese Schwarzpulver, man. Boah, das ist ja echt nicht mehr witzig. Alter, wie viel Damage ich mache, total überzogen. Wow. Ja, okay, es reicht jetzt, Leute, denke ich mal. Ich gehe jetzt Schäfchen zählen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war auf jeden Fall Son. Vielen Dank.